Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Weihrauch und ich begrüße euch ganz herzlich hier im Küchenhaus von Möbel Weihrauch. Möbel Weihrauch ist ein Familien- und Traditionsunternehmen seit über 60 Jahren. Wir haben aber nicht nur Küchen, sondern wir haben das volle Sortiment für euch. Wir haben junges Wohnen, wir haben Gartenmöbel, wir haben Leuchten, wir haben konventionelles Wohnen, das heißt Polstermöbel, Anbauwände und wir haben die Markenwelt, die wir Selection bei Weihrauch nennen, Schlafen, Speisen, also alles rund ums Einrichten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch auf unserer Homepage möbel-weihrauch.de besucht.